hi leute ich bin sascha supertramp und das dahinter mir ist unser neuer bus volkswagen t4 transporter baujahr 98 er hat den 1,9 td turbodiesel motor ja hi leute ich bin gerade mit meinem t4 in spanien wir haben ja einen schönen urlaub gemacht und das problem was ich hatte ist als wir über die grenze gefahren sind da habe ich ewig noch warten müssen bis wir da in der bezahlstation waren und so weiter und da hat mein wagen angefangen zu kochen als wir den berg zur grenze hoch sind und da habe ich mich gefragt hey moment mal warum kocht denn ein auto der ist richtig heiß geworden und dann habe ich die heizung angemacht und dann ist er langsam wieder runter gegangen die rote lampe hier in der armatur da ist so eine rote kühlmittel leuchte die kühlmittelanzeige ist eine rote kühlmittel leuchte und die hat die ganze zeit geblinkt und dann habe ich die heizung angemachten habe ich den weil ich den auch nicht ausmachen wollte den wagen habe ich glaube ich gerade noch mal gerettet ansonsten wäre der kühler kaputt gegangen und da habe ich mir die ganze zeit gedacht guck mal nach hier vorne formen vor der batterie ist hier in dem kästchen sind die sicherung die zwei hier die zwei für die kühler lüfter dann habe ich mir gedacht die sind bestimmt gebrochen und sonst hätte der kühler das nämlich abgefangen so und jetzt will ich gerne diese sicherung will ich austauschen und da habe ich zum glück mal welche neu gekauft wo sind die sind jetzt hier das sind diese sicherung das sind allerdings 80 ampere sicherung und ich habe da kommen glaube ich 50 ampere sicherung sein das wäre je nachdem ein bisschen blöd und ich hole jetzt mal raus weil die definitiv gebrochen sind ich zeig das noch mal das sieht dann so aus ich habe die schon ein bisschen zerdrückt man sieht glaube ich ganz deutlich dass die dass da ein riss drin ist in denen das ist einfach da über die zeit werden die alt und dann reißen die und ja die sind beide platt und da tue ich jetzt trotzdem mal neu rein ich einfach die zwei schrauben hier aufmachen oder zweimal die zwei schrauben aufmachen und dann rausholen also ich habe jetzt diese beiden kaputten 50 50 ampere sicherung rausgeholt und ich hatte leider nur noch diese ersatz sicherung an bord von das waren die vorglüh sicherung die haben 80 ampere das ist jetzt ein bisschen riskant wenn jetzt mein kühler da extrem kaputt wäre oder so und viel zu viel strom ziehen würde dann könnte es sein mir brennen die kabel durch und dann würde das auto brennen aber das vermute ich nicht und mir ist jetzt lieber ich habe die ich habe da saft auf den kühlerlüftern weil das hier sind brüche die über die zeit kommen man sollte also bei bei gelegenheit am besten vor so einer reise sollte man sich das angucken gerade wenn es in heiße gegenden geht und das einfach mal checken wie die sicherung aussehen die zur not mal rausholen und dann ich habe zwar 50 ampere sicherung da und zwar die beim polo von der servolenkung von der servopumpe die das waren auch 50 ampere streifensicherung so heißen die und ich werde die also zu hause dann direkt wieder sobald ich nach hause komme in 50 ampere sicherung umtauschen aber jetzt zur not muss es eben mal die 80 ampere sicherung tun damit ich falls der wagen heiß wird damit dann die kühlerlüfter anspringen können damit mir der wagen nicht über kocht so das wollte ich eben noch mal kurz zeigen das sind so sachen die einem passieren können auf der tour aber wenn man da ein bisschen innovativ ist dann geht das und ja ich habe auch da als dass mir das wasser übergekocht ist habe ich dann nicht den wagen abgestellt obwohl die die es ging dann wieder weiter ich habe die heizung auf volle pulle aufgedreht weil der dann die wärme aus dem wärmetauscher ableiten kann und der wagen wurde dann auch wieder kühl weil ich dann auch ein bisschen fahren konnte und ja so ist das jetzt ich habe jetzt hier die sicherung ausgetauscht das sind jetzt 80 ampere sicherung rein empfehle ich keinem das so zu machen aber ich mache das jetzt der außen wirklich aus der not raus weil ich wenn der wagen zu heiß wird und wir sind hier in spanien sind es 40 grad da will ich lieber haben dass der dass der kühler auf jeden fall laufen kann weil wenn die sicherung kaputt sind kann der eben nicht laufen und deswegen ist mein wagen auch heiß geworden und ja dann nehme ich jetzt lieber das risiko der falschen sicherung in kauf und wechsel die sofort wenn ich zu hause bin wieder aus und 150 ampere sicherung rein die habe ich noch da gut alles klar macht's gut bis dann tschüss wenn es euch gefallen hat abonniert den kanal gute tschüss abonniere abonniere abonniere